ja hallo meine lieben abonnenten und zuschauer hier ist mal wieder euer msc let's play ja ihr vielleicht auf google plus mitgeklickt habt moment mikrofon ausrichten habe ich momentan ihr könnt vielleicht der post mal einsehen auf meinem profil auf google plus ein sendeplan jetzt ab jetzt er ist noch temporär wird irgendwann final sein so was ist heute dran montag montag habe ich festgelegt ist der jrpg tag also japanische rollenspiele und das trifft sich gut ich habe gerade meine playstation 3 an und ja wie ein ihr wisst ich liebe japanische rollenspiele mal abgesehen final fantasy ist okay ja aber hier shin megami tensei persona die reihe ist auch cool aber was heute dran das ist herz auf symphonia hat einen schönen soundtrack muss ich sagen genauso wie tels of sesteria oder tels of zylia 1 und 2 schön soundtrack und tels of sesteria gefällt mir auch sehr die story gameplay mechanik ist ganz eigentlich gut da hier habe ich mal recherchiert muss ich sagen sie zwar ein bisschen altbacken aus ja es ist ein remake von der gamecube passel und danach voll teil von der wiiwe ver- nintendo von der wiiwe ver- version hier das wird es auch noch gehen tels of symphonia dawn of the new world ja ich hab mir das als digital version geladen also zwei spiele sind das zwar tels of symphonia chronicles das aus du weist ja und und ich bin mal still das heißt ich werde den live kommentar kurz ausschalten Ok, meine Lieblingsfreude, viel Spaß mit dem Opening! Ok, meine Lieblingsfreude. Ok, meine Lieblingsfreude, viel Spaß mit dir. Ok, meine Lieblingsfreude, viel Spaß mit dir. Ok, meine Lieblingsfreude. Ok, meine Lieblingsfreude. Ok, mein Lieblingsfreude. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Willkommen zu Terz of Symphonia. Bis zum nächsten Mal. 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 Okay. Ja, und mein Mikro ist gerade irgendwie übersteuert gewesen. Deswegen. Ja, Leute. BOOM! Erstmal Tafelschwamm ist die Sicht gekommen. Oh, Professor Raine, ist die Klasse vorbei? Never mind. Let's have someone else answer the question. Genus, wie geht es dir? Ja, Raine. Mythos, die Hero. Er hat sich um Ende der Ängsten Krieg in der Heiligen Gründe des Karla. Genau. Nachher, Mythos, die Hero, formte ein Pakt mit der Goddess Martell. Um die Dizaions wegzunehmen, die die Krieg haben. Aber die Dizaions kamen zurück und jetzt, die alle zu verletzen. Wir haben das letzte Mal in der Klasse, nicht wahr? Wenn... Ops. Oh, da ist die gute Colette. Ja, ich wusste, ich habe es einfach vergessen. Ich weiß nicht. Heute ist der Tag der Prophezei. Es ist ein sehr wichtiges Tag, in dem die Chosen der Mannen wird eine Orale von der Goddess Martell bekommen. Jetzt die Chosen der, Colette. Ja, Frau? Ich weiß nicht, Frau. Sie erzählen uns über die Reaktion der Welt. Es ist eine Reaktion, um die Dizaions zu verletzen. Auf der anderen Seite der Gäste, die Dizaions zu verletzen, die Dizaions zu verletzen, die Dizaions zu verletzen, die Dizaions zu verletzen, und die Mannen wird geplant. Genau. Ich glaube, wir sollten die Dizaions selbst selbst wissen, die Antwort zu den Antworten. Die Dizaions zu verletzen sind die Dizaions zu verletzen. Die Dizaions zu verletzen sind die aktuellen Zitaions und Dreiheiten. Dizaions. Dizaions. Die Dizaions zu verletzen sind die Dizaions, die Dizaions zu verletzen sind. Die Dizaions. The Chosen's journey has two purposes to revive Manna as well as defeat the Desions. Now for the next question. Whoa, how was that? That's... Settle down. Es wird sehen, dass die Zeit für den Orakl ist. Ich werde nach der Kapel schauen. Alle bleiben hier und studieren. Professor! Ich gehe... Nein, Colette. Wenn es der Orakl ist, die Priester kommen hier für Sie. Spannende hier mit allen anderen. Ja, Frau. Ich werde jetzt die Sprache verändern. Mit meiner Lieblingssprache. Japanisch! Ich werde jetzt erst einmal die Sprache verändern. Ich werde die Sprache verändern. Oh ja! Ja! Oh! 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 Ja! Musik 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 Okay. Aber ich würde erst mal sagen, das war's fürs Erste. Mit den ersten Parten zu Tales of Symphonia. Okay, wir hören uns noch dieses Skid an und ich halte meinen Mund. Okay. 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 . . . . . . . . Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, wie ich mich nicht mehr so fühle. Das ist okay. Wenn der Lehrer wieder zurückkommt, dann muss ich in die Kursche zurückkommen. Aber Riffel-Sensei hat auch in die Kursche zurückgekehrt, nicht wahr? Sollte ich mich nicht... Das ist okay, wahrscheinlich... Bis zur nächsten Folge. Tatshop Symphodia. Euer MRC Let's Play. Wir speichern nochmal. Okay. Bis dann. Schau. Reingau'n. Euer Normals. Euer MRC Let's Play. Bis dann. Tschüss. Sayonara.